Hi, schön, dass du mal wieder eingeschaut hast. Mein Name ist Elad, gehen wir zum Willkommen zu Five Nights at Freddy's 2. Weil ich bei 1 aber nicht weiterkomme. Also mal, ich werde mal von 2 mal etwas spielen. Shit, das wollte ich lesen. Okay. Jetzt kommt der Oh phone guy. What kind of messaging? Hello? Hello, hello! Hello and welcome to your new summer jobs at the new and improved ready fast bear season I'm here to talk you through some of the things you can expect to see in your first week here, to help you get started down this new and exciting career path Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location Mhm. 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 Yup. But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Hey, we should be paying them to guard killed. Okay. Now, that being said, his system is without it kink. Uh, you're only in the second part to work at that location. The first guy finished his week but complained about conditions. Mhm. Uh, we switched him over to the day shift. So, hey, look at me, right? Uh, mainly his first concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the warning theory is that the robots were never given a proper night mode. I'm sure no, I need to understand. Soon. We're not sure. We're ready to go on. Let's. Look at that. Look at that. Look at that. Look at that. Look at that one. It doesn't seem to affect all of the animatronics but it does affect one of them. Oh. Oh. Oh, shit. Oh. 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 Oh, shit. Oh. 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 Oh, shit. Oh. 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 important message immer noch nichts ich will euch einen wunderschönen Hack geben eine wunderschöne Umarmung die Hölle we're free okay noch nichts passiert oder macht er das erst ab 3 Uhr wir in 500 Candies dann sollte er noch ein bisschen rufen eine ziemlich komische Nacht kann man überhaupt Bunny hier sehen ich glaube hier kann man das deutsche von Mangle sehen und natürlich die anderen kann man überhaupt die Chica sehen ich meine in der Main Hall und sowas schön vor 3 Uhr immer noch nichts wow wie surprising ich will mal in die Musikbox weinten wie das Puppet kommt ich möchte keine Puppet umarmung vielleicht morgen erster Nacht wow ist das normal dass die nichts machen kommt mir ein bisschen unnormal vor als ich das die Final Fantasy 2 zum ersten Mal gespielt habe ist Bunny sowas von erst ist er schon um 2 Uhr losgegangen und nicht erst um was weiß ich nicht weil er sich bewegt um 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 da immer noch nichts wo ist mein Kameranstarrender Bunny NICHTS voll unangenehm NICHTS absolut NICHTS Shit, wouldn't have shit. Nichts. 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 Nichts passiert. Nichts passiert. Dann schlitz ich mal auf die Musikbox. Shit. Shit. Fuck. Bester Hölle. Roter Hölle ist Barney. Das kommt mir voll unnormal vor. Wo ist er überhaupt, wenn er mal nicht auf den Kameras zu sehen ist? Das würde ich gerne mal wissen. Kann ich in dem Inhold sein? Er ist nicht hier. Ist ich da? Wenn er zum Mangle geht. Oh, fuck. Shit. Oh, shit. Wurzeln ist. Der Teuban hat gequittet. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Okay. Zero. Immer noch gar keinen Teuban. Check einfach. Instantly jeder kann man nicht. Ist jetzt Teuban gesendet. Oh, ja. Ich weiß es. Nichts. Nichts. Wow. Das war so impossible. Ich wäre fast gestorben. Ich musste sogar die Maske so was von aufziehen. Ja. Das klingt jetzt auch so. Das war's. Okay. Das war. Das war bestimmt schwierig, was der Spillenbauer angeht. Das ist ein Best-Friends. Und Best-Buddy Foxy. Foxy the Pirate Fox. Das war denn überhaupt hier Foxy. Ich gehe niemals Foxy. Hier was Freddy, Chica, aber nee. Ist Foxy irgendwie hinter dieser Wand oder so? Oh, Toys. Ich bin mit Bloom Boy. Keiner move. Keiner macht irgendwas. Das ist gut. Ok Ok Jetzt sieht man gar nicht mal Hier geht's Wir kommen nur auf dieses Licht in die irgendein Fenster oder so Da waren es immer ein bisschen Licht schon aber nicht in der Stelle wo die unbedingt auftauchen Und die hat einen Engel an Ich glaube die geht auch nachts 2 an Nichts Nichts Ein Ohr war immer noch nichts Mir ist es für mich voll unnormal Ich will diejenigen betrunken haben keine Lust anzugehen in meinem hier herz zu gehen herzukommen oder ungestimmt Shit Oh 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 Okay Oh Okay Okay Das hat mich jetzt wirklich erschreckt ein bisschen Ich werde wer geht um den... Oh, das ist nur Chico. Die kann mich nicht aus dem Hallwandern sein. Die kann mich nicht wegnehmen. Was geht los? Fuck, sorry. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, Balloon Boy! Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay. The noise is so disturbing. Okay. 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 Don't like me. What's Foxy? What name is Foxy? Here we go. Is this Foxy? Is this Foxy? Oh, shit. Okay, this is Foxy. Foxy. Foxy trying to leave? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, toy Freddy. I don't need to. Ich brauche dich nicht. Oh, shit. 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 Fuck same. Oh, shit. Okay. Okay. Eh. Oh, shit. Let's do it. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Find the music, Gax. Ah, Foxy. Yeah, Ken inside. Foxy? Okay, I don't know. Melody Gagin Steps. Okay, okay. Okay, okay, okay. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Oh, crap. Okay. Okay. Shit. This is Foxy. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hell no. Oh, hell no. Niemals, Mango. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Lächste Zähne, Leute. Ist gleich geschafft. Okay. Ja. Das ist so zum Geknamen. Oh, wir teubern hier. Bin nicht in meinem Wind gesehen. Ich muss mir irgendwie sorgen. Wie geht denn nun ins Wind? Oder... Okay. Das ist toll, Freude. Das ist toll, Freude. Das ist toll, Freude. Gebeck. Ich möchte keine Pizze oder was sonst du mir anbietest. Oh Gott. Oh Gott. Danke fürs Zuschauen, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Liked das Video und falls es euch sehr gefallen hat, könnt ihr abonnieren.